Gut, dann nehme ich das mal so jetzt hin, dass das scheinbar nicht geht und dann gehen wir einfach weiter. Und ich sehe schon wieder rote Punkte da hinten irgendwo. Energie, Energie. Keine Energie, Mist. Da ist noch eine Flarag-Stellung. Also auf der Map sind irgendwo hier rote Punkte. Sind die denn... Nö, da oben kann ja nichts sein. Sind die hier irgendwie hinter der Wand? Kann ich hier hoch? Auch nicht. Na gut, die Flarag-Stellung ist bestimmt nicht anfällig gegen... Oh, doch. Eigentlich ein bisschen unlogisch, dass ein Gebäude anfällig gegen Chemieangriffe ist, aber okay. Gut. Und was mache ich jetzt mit dem Turm? Erstmal kommt das Verstärkung für uns, so wie es aussieht. Ah. Ne, Moment. Ah, das sind ja gar keine von uns. Das auch nicht. Stirb. So, wo sind jetzt unsere Leute? Da sind unsere Leute. Oh shit, das ist keiner von uns. Stirb. Achtung, kritischer Gesundheitszustand. Ja, danke Eva, ich weiß. Oh Mist. Da ist Energie. Boah. Nein, keine Munition mehr. Stirb. Wow, eine Energie, das ist ja toll. Dahinten liegt aber, glaube ich, was. Das da sieht doch aus wie Energie. Oh, gib es mir. 51, na immerhin. Erstmal speichern. So, und warum mussten wir jetzt hier die Türme ausschalten? Warum konnte das nicht unser Raketenboot da hinten machen? Immer muss man alles selber machen. Aua, aua, aua. Was haben wir denn da oben? Da könnte ich jetzt das Snipergewehr gebrauchen, aber leider habe ich alles verschossen. Was ist denn das für ein Gebäude da? Aua. Irgendwas schießt da, aber... Geschützstellung. Ey, was ist denn eine Geschützstellung? Jedenfalls gibt es das nicht im normalen ersten Command & Conquer. Es sei denn, das sollte so ein Wachturm sein, aber den haben wir eigentlich nur... Hat ja nur die GDI. Ja, ja, Eva, ich weiß. Danke. Ich hab dich gesehen. Na gut. Ich meine, in der ersten Aufnahme habe ich noch... Er sagt, dass überall immer so viel Kram rumliegt, den man gar nicht braucht. Und jetzt sind wir hier dauernd am Abkratzen. Wobei, hier liegt ja ein bisschen was. Da liegt auch noch was. Wie? Wo ist denn das überhaupt? Ein Vulkan? Wie kommen wir denn da drüben hin? Wobei, da drüben ist auch alles voll mit Tiberium. Da wollen wir vielleicht auch doch gar nicht so gerne hin. Was sollen wir... Was ist eigentlich unser Auftrag? Da oben steht finden. Und ernten Gebäude. Aber ich weiß nicht, was für ein Gebäude es sein soll. Naja, egal. Wir werden es schon finden. Kommandoeinheit, sind Sie noch in der Gegend? Ja, ich bin hier. Über dieser Küstenverteidigungskanone befinden sich weitere Flarag-Stellungen. Schalten Sie sie aus, oder wir sind Geschichte. Alles klar. Uah. Alter. Der kann mich auch nicht angreifen, oder? Nö. Hier spricht Captain Sir & Sof. Bitte alle verfügbare Verstärkung schicken. Wenn diese Küstenkanone nicht bald ausgeschaltet wird, sind wir Geschichte. Kann ich? Nein, das war dumm. Wie war denn das eigentlich? Werfen mit links und auslösen mit rechts. Ja, okay. Die Frage ist, ob ich dem Geschätz überhaupt was anhaben kann. Ich komme da ja nicht mal bis oben hin. Ich glaube, das wird nichts. Ich gehe mal weiter. Vielleicht kommen wir ja von hinten irgendwie ran. Zum Beispiel hier. Vielleicht hätte ich auch gleich hier lang gehen sollen. Hier sind zwei Flarag-Stellungen. Hier kann man doch bestimmt reingehen. Ja, kann man. So, das war Nummer eins. SOS! Wir erleiden schwerste Schäden durch die Verteidigungsanlagen und... Feuerlöscher. Aber hier kann ich sonst nichts. Habe ich es jetzt ausgeschaltet, indem ich den Soldaten da gekillt habe? Keine Ahnung. Na gut, erstmal... Wobei, habe ich hier eigentlich unendlich Munition von? Nein, habe ich nicht. Und das zieht auch nicht gerade viel ab. Hier habe ich doch irgendwas gesehen. Was ist denn das? C4? Aua. C4, na gut, dann... Aua. Böses Tiberium. Dann nehmen wir doch... C4. Hier, nimm das. So, und... Boom. Hier nochmal dasselbe. Und... Boom. Sehr schön. Gesundheit voll. Wir haben doch... 83. Kann man nur... 83 haben. Na gut, was mache ich jetzt hier mit? Kann ich hier irgendwie so... Vielleicht? Ne, das tut gar nichts. Keine Ahnung. Ich gehe, glaube ich, erstmal weiter. Und ich vermute mal, wenn wir hier reingehen, kommen wir... Aua, au, 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 au. Kommen wir da zu den Vorräten, die ich eben gesehen habe, aber... Da ist ja alles voller Tiberium, da können wir ja nicht rein. Vermutlich gibt es da noch irgendeinen Trick bei, den ich bis jetzt noch nicht rausgefunden habe. Achso. Ich muss dran denken, unbedingt mehr speichern. Und meine Munition geht aus. Das ist nicht gut. Die sind auch ziemlich geizig hier. Die könnten mir ja mal ein bisschen was von ihrer Munition geben. Wenn sie eh tot sind, brauchen sie die ja nicht mehr. Aber nein. Natürlich wird alles schön behalten. Was ist denn das für ein Geräusch? Als wenn hier irgendwie so ein Jet über uns schwebt, aber hier ist nichts. Komisch. Geht es jetzt hier lang oder geht es da hin lang? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal hier lang. Hm. Wozu ein Sniper-Gewehr, wenn wir auch dieses nehmen können? Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat genau dieselbe Durchschlagskraft wie ein Sniper. Man muss nur treffen. Oh, Minigun. Sehr schön. Da ist Rüstung. Da unten lag auch noch irgendwas. Noch mehr Rüstung. Kann ich eigentlich hier ins Wasser. Aber ich kann nicht tauchen oder so. Nö. Kann ich mich eigentlich auch nicht duken. Ich kann schleichen, aber nicht... Nö. Na gut. Ich kann mich duken und auch nicht rennen. Oder ich habe auch wieder vergessen, wie man es macht. So, das war unsere letzte Munition. Hier liegt aber ein bisschen was für die Minigun. Dann nehmen wir die erstmal. Ah, Sniper. Sehr schön. Oh, und was ist das? Achso. Not Datenbank. Ja gut, dann... nehmen wir diesen Fahrstuhl. Achso, die Kommunikationszentrale sollen wir finden und zerstören. Ich weiß es nicht mehr genau. Na gut, wir haben wieder Munition für den Sniper. Nein. Genau in dem Moment läuft er los. Ah, in der Raffinerie. Einsatzziel. Primär erfolgreich. Neues Einsatzziel. Hacken Sie sich in den Hauptcomputer. Ist ja sonst niemand. Das ist aber ungewöhnlich. Da ist jemand. Und das... Achso, das ist ein Sammler. Hm, ja gut. Kann ich eigentlich auch die Raffinerie in die Luft sprengen. Ich höre irgendwo Stimmen. Oh. Vermutlich war es der, den ich gehört habe. Hier geht's rein. So, komm ich hier denn jetzt hoch? Auch nicht. Das kann doch nicht sein. Ich muss doch irgendwie... Das gibt's doch nicht. Wie ging man denn die Leitern hoch? Oder es geht mit diesen Leitern wirklich nicht. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Sonst könnte man doch auch jede Leiter immer hochgehen. Hm. Oh nein, da kommt wieder... Uah, kacke. Warum kriegen die immer Verstärkung und wir nicht? Okay, wir haben es nicht... Au, 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 au. Bemerkte Idiot. Und gib mir deine Munition. Danke. Und das ist nicht cool hier. Gar nicht cool. Oh, oh. Ich geh weg. Kann ich hier? Ja. Lass ich die einfach da draußen stehen. Ah, nein. Ich will nicht hoch. Fahr mich wieder runter. Immer diese Fahrstühle, die einfach automatisch losfahren. Ja, danke für den Hinweis. Waa. Kacke. Wo kam der denn jetzt her? Eieiei. Aber dafür spielen wir ja auch auf schwer. So, und ich habe, glaube ich, wieder länger nicht gespeichert. Schlauerweise ja natürlich nicht. Na gut, dann gehe ich einfach mal diesen Weg. Gucken wir mal, wo wir hier hinkommen. Komm her. Oder... Moment, wir waren da hinten und sind dann mit dem Fahrstuhl gefahren. Ich glaube, hier kommen wir dann auch einfach zur Basis. Vermute ich jetzt mal. Schöne Vegetation übrigens. Ja, hier kommen wir auch zur Basis. So, hier stehen noch jetzt hoffentlich keine Verteidigungsanlagen. Nö. Hier ist aber ein Tor, wo wir vermutlich nicht... Warnung, begrenzte Radarstörung geortet. Warum geht denn das Tor für uns runter? Joten. So, und jetzt will ich hier rauf. Lass mich hier rauf. Das muss doch irgendwie... Äh... Das muss doch irgendwie gehen. Wie war denn das? Lass mich diese Leiter hoch. Hm. Ach eh, benutzen. Ja. Toll. Wer kommt denn auf sowas? Na gut. Jetzt hier hin. Da ist der Sammler. Den lasse ich mal da. Wir haben eh nicht genug... Munition kann ich hier irgendwie rein. Wir haben eh nicht genug Munition, um hier alles abzuballern. Ah, ein Fahrstuhl. Dann bitte fahre mich runter. Okay, unbehelligt sind wir erstmal reingekommen. Warum ist auf dieser Tür ein GDI-Symbol? Haben wir die nicht? Ja, okay. Ich gehe ja schon. Gut, zu früh gefreut. Da kommen wir leider nicht rein. Dann müssen wir uns nochmal weiter umsehen. Hm. Wo geht es denn hier rein? Komm, 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 komm. Hast du Munition für mich? Nein, hat er natürlich nicht. Ah, wo kommen die alle her? Nein. Uh, wovon habe ich noch Munition? Hier, Flammenwerfer. Das wird aber langsam echt knapp. Und mit dem Flammenwerfer haben wir natürlich jetzt auch nicht so die große Reichweite. Hier ist keine Munition. Da ist noch eine Tür. Können wir hier durch? Ja, aber hier kommen wir nur wieder raus. Mhm. Ja, okay. Uah. Lass mich in Ruhe. Ich versuche hier gerade dieses Diagramm auszuwerten. Ja, sieht alles ganz gut aus. Und hier haben wir tolle Schrift, die man nicht lesen kann. Und ja, scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, meine ich. Ich versuche hier ein damit. Vielen Dank.